so gesagt getan willkommen zu dem level was wahrscheinlich abspann ist denke ich jetzt einfach mal weil die musik hat mich so an so einen typischen abspann für die erinnert klappe das da ja keine gegner kann ich dann gar nichts ist aber abband level so Die Frage ist nur, bis hier noch was kommt. Oder bei einem Verhältnissen, als hätte ich die Tore berührt. Vorbei, die Sonne ist hier unten ja zu Ende. Mal gucken, was hier passiert. Wow. Eigentlich wollte ich das Play aufnehmen. Die erste Aufnahme war gar nichts, weil da war Get Out Of My Station, wo einfach nichts war. Und das dritte Level, das auf jeden Fall ist auch einfach nichts mehr. Das ist echt... Ja, Momentchen mal. Bin ich gerade auf Droh? Doch, wir sinken. Äh, doch, genau, wir sinken. Aber hier unten ändert sich irgendwie nichts. Äh, da. Ja, hier siehst du, da ist es stationär. Hä? Oh. Achso. Wow. Das war ja gerade mal eine optische Täuschung. Ja. Das war's. Das Ende. Na gut. Dann würde ich mal sagen, zur Feier des Tages, äh, ein bisschen Waffenschaukast? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen hier... Gibt es jemand noch was anderes, ne ne, ne, schade, boom, oh ja, okay, oh, das Ding hat, was ist das denn, ach so, Brandfeuer, ah, aha, okay, sie sind alle hin, das war's für back to the tone 1 haben wir alle naja mehr oder weniger 25 24 21 brauchbare levels und 24 drumherum levels geschafft das war's dann erstmal für die erste staffel mit back to the tone dann sehen wir uns ja zu was denn eigentlich ich hab noch ein paar sachen auf der to-do liste also zu meiner natürlich back to the tone davon ist ja zwei staffeln jetzt müssen wir überlegen haben wir gerade die zweite staffel gespielt oder was die erste doch wir haben die erste gespielt genau die zweite staffel sieht also auf jeden fall noch an und dann habe ich noch ein paar andere sachen auf der to-do liste und zwar habe ich da mir mittlerweile eine liste erstellt hat man glaube ich auch schon einmal durchgesehen und zwar das alles das ist alles geplant jeweils wie die map heißt also wie das map pack heißt und mit was ich da spiele und ich glaube mal ja back to the tone 1 ist abgeschlossen da wird dann also zwei folgen äh da 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 ja von daher mini-doom und mind-clone läuft noch nicht dabei ganz normal äh was spielen wir denn als nächstes final doom final doom na ne jetzt ist so vanilla-like ja auf jeden fall aber jetzt nicht so als primäres aber ich würde mal gucken wahrscheinlich am meisten das habe ich wahrscheinlich hier drauf mal gucken äh oder halt darauf oder vielleicht auch gleich die erste auf jeden fall darauf lotsplay ähm und versorgen tschau mit v akers